WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hört ihr mich, Sir Willem, Sir Willem? Ich falle, Sir Willem, Sir Willem, heute. Ich bin ein Mädchen, Sir Willem, Sir Willem. Aber ich sterbe, Sir Willem, Sir Willem, voller Schmerz. Es ist gut, das sofort zu erlegen. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken saßen müsst? Ich bin ein Stuhl holen, aber ich bin ein Stuhl holen. Ich bin ein Stuhl holen, aber ich bin ein Stuhl holen. Ich bin ein Stuhl holen, ich bin ein Stuhl holen. Ich kümmere mich darum. Eins, zwei, Marik eilt vorbei. Drei, vier, im Krieg ist das Reich hier. Acht, neun, den Tod darfst du nie scheuen. Ich bin ein Stuhl holen, das ist ein Stuhl holen. Ich bin ein Stuhl holen, aber ich bin ein Stuhl holen. Aber selbstverständlich. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Was ist das? Es ist gut, das sofort zu erledigen. Oh, Gaste. Ich will noch nicht gehen. Bitte. Es ist so kalt jetzt. So kalt. Schon gut, schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. So gut, Schmerz. 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 Bleib gefälligst! Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Da ist sie! Bedrängt sie nicht. Lasst den guten Sir atmen. Es gibt viele Bemitleidenswerte im Gesindeviertel, Sir. Zahlreiche, äh, Veteranen, Waisen, Verstorbene und andere traurige Gestalten. Ich habe immer noch keine Eltern. Ja, Sir. Und der arme Oli hat immer noch keine Eltern. Wir wissen jede Gabe zu schätzen. Hurra! Es lebe die Heldin von Deneram! Heute haben wir alle zu essen! Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Bei Andras des Hintern, ich lerne wohl nie gute Manieren. Egal, was ich damit sagen will. Danke. Was starrt ihr mich so an? Die bösen Männer. Sie sind still. Sie rufen nicht mehr nach Blut. Es gehört meiner Oma. Du hast es gefunden, Sir. Darf ich es haben? Es ist... Es ist, als verzieht sich der Nebel. Oh, danke, Sir. Ich muss mein Leben leben. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Verschwindet. Verschwindet. Verschillt. Hast du schon gehört? Andrastes Asche wurde gefunden. Hier in Ferelden. Ihr seid zurück? Ich dachte, jeder mit nur einem Funkenverstand würde die unteren Märkte meiden. Zwergenhandwerk. Meinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsamach. Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein. Der Kunde ist äußerst zufrieden. Kommt bald wieder. Das ist wahrlich ein Wunder. Schön, euch zu sehen, Wächter. Ihr setzt euch zu Wehr, was? Aber selbstverständlich. Beschäftigt euch mit etwas anderem. Meine Angelegenheiten gehen euch nichts an. Vielen Dank und lebt wohl. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsamach. Habt ihr schon das von Howe gehört? Die ganze Stadt weiß es. Rylan ist bestimmt sehr erfreut darüber. Das Halbblut ist so kalt wie die Berge. Haben sie nicht zusammen im Krieg gedient? Oh, man kann Vernunft oder Gewissen eines Mannes kaum anzweifeln, nur weil er Randon Howe den Tod wünschte. Ihr kanntet ihn. Dagegen waren Nathan geradezu umgänglich. Hm. Ich habe ja nicht behauptet, dass sein Hinscheiden mir eine Träne abgerungen hätte. Wir sind nie Freunde gewesen. Wer immer ihr seid, wartet. Ich kenne euch. Mein Sohn hat euch in allen Einzelheiten beschrieben. Er sagt, ich schulde euch sein Leben. Als ich die Beine meines armen Jungen sah, hätte Howe nur noch gelebt, dann hätte ich ihn selbst in Stücke gerissen. Ich würde seinen Sohn angreifen. Aber Oswin sagt, Thomas habe mit den Machenschaften seines Vaters nichts zu tun. Habt ihr irgendeinen Wunsch als Belohnung für Oswins Rettung? Seid nochmals bedankt. Ich werde beim Lunting hinter euch stehen und euch unterstützen, so gut ich kann. Ich nehme mein Abendessen heute mit Ben Reginalda vom Benornweißer Fluss ein und wir werden über die Angelegenheit sprechen. Na großartig, noch eine. Ihr möchtet vermutlich auch um eine Spende bitten. Das Aaltum der Westhügel gehört jetzt der dunklen Brutmädchen. Vielleicht möchten die ja der Kirche Sovereigns spenden, Weisen füttern, Idioten einkleiden oder was immer ihr sonst wollt. Gallagher Wolf, Aal der Westhügel oder was davon übrig ist. Der gesamte Süden Fereldens ist bedeckt von schwarzen Wolken. Die Erde verfault unter den Füßen. Und überall Pest und dunkle Brut. Dass sogar die Krähen den Aasgestank kaum noch ertragen. Aber was bedeutet das schon? Verglichen mit den wichtigen Vorgängen hier in Denerim. Unser Gespräch ist sinnlos. Lasst mich in Ruhe, ich habe ohnehin nichts für euch. Ah, vermutlich. Harbron hat seit unserer Ankunft... Kann ich euch helfen? Wenn wir länger in Denerim bleiben, muss ich sie ins Kloster schicken. Er gehört Ermenrick. Erklärt euch. Mein Bruder würde sich von diesem Ring ebenso wenig trennen wie von seinem Kopf. Lohgain? Was hat mein Bruder denn mit ihm zu tun? Im Kerker? Was? Nein, ich gehe sofort zu ihm. Jemand muss mir Rede und Antwort stehen. Nehmt das an, zusammen mit meinem Dank. Es war seit dem Krieg der Kronen im Besitz meiner Familie. Für uns gefertigt vom Zirkel der Magie. Ein Erbstück ist nichts gemessen am Leben meines Bruders. Das wäre wohl etwas zu drastisch. Sie ist noch ein Kind, das gibt sich wieder. Was darf es denn sein, Fremde? Es gibt merkwürdige Neuigkeiten. Alle reden darüber, dass irgendein Geistlicher in Denerim behauptet, die Urne der Heiligen Asche sei gefunden worden. Wirklich? Natürlich ist die Kirche ein wenig skeptisch. Und sie wird sich vermutlich auch bis zum Ende des Krieges nicht näher mit dieser Behauptung befassen können. Aber selbst so ist es unglaublich, findet ihr nicht? Möchtet ihr sonst noch etwas? Mein Sohn, Osrin, war genau so. Aber selbst. Das ist... Ich würde sagen, wenn er nicht mehr in unserem Blutatisch leben. Ich würde sagen, wenn er nicht mehr in unserem Blutatisch leben. Oh Oh Guten Tag